Ich glaube, dass starke Industrieunternehmen nur dann stark bleiben, auch in Zukunft, wenn sie gut vernetzt sind, wenn sie eine starke Stimme haben, die in der Region, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft gehört wird. Und dafür brauchen wir starke verbändete Arbeitgeber. Und ich glaube, dass die Sozialpartnerschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern durch Mitgliedschaft im AGV Nord substanziell gestärkt werden kann.